Moin ihr Lieben, weiter geht's! Wir können ja einen Fahranfängeraufkleber auf die Rückseite kleben. Haha, als ob das helfen würde. Guck nicht so traurig, Chris. War doch nur ein Scherz. Ja, ja. Mit mir könnt ihr es ja machen. Dafür gebe ich dir jetzt eine Cola aus, Chris. Da sage ich nicht nein. Ach, das mit der Cola müssen wir wohl verschieben. Achtung! Einsatz für den gesamten Löschzug. Es rücken alle Fahrzeuge zu einem Brandmelderalarm im Passagierterminal in Laden- und Gastronomiebereich raus. Menschenleben sind in Gefahr. Dann nichts wie los. Auf geht's. John, du fährst. Ich weiß noch nicht, welches Horn das ist. Keine Ahnung. Muss ich auch noch rausfinden. Brandmelderalarm. Ja, mal gucken. Was uns da so erwartet. Hö, 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 hö. Auf jeden Fall ist es schon mal gut, dass wir wissen, wo wir hinfahren. Aha. Hö, 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 hö. Hö, hö, hö. Hö, hö, hö. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Ha, und jetzt geht das ab hier weiter? Ja, ich muss gucken, ich hab echt keine Ahnung, was ich hier machen muss. Applaus Die Einsatzkräfte von TLF-2 und HLF-4 melden sich umgehend bei mir am ELB-1 zur Einsatzgesprächung. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. Irgendwo im Gebäude gibt es eine Rauchentwicklung. Bislang konnte niemand die Ursache dafür finden. John, du gehst gemeinsam mit Alex und Chris rein. Schnappt euch die Ausrüstung und seht zu, dass ihr die Ursache schnellstens findet. Alles klar, Mike. Verstanden. Los, John, komm mit. So, was muss ich jetzt machen? An Bord deines Fahrzeuges findet sich verschiedene Ausrüstungsgegänge hinter den Ladeklappen. Diese kannst du mit Taste E. Habe ich. Nimm, äh, äh, PA, Axt und Feuerlöscher. Okay. Was ist los, John? Wir warten auf dich. Ja, es wird der Feuerlöscher. Scheiße, wo ist der Feuerlöscher? Ich kenne die Autos noch nicht, ihr Lieben. Da ist er. Chris, John, seid ihr soweit? Ja, alles klar. Dann mir nach. Wo ist er denn? Ja, ich finde Chris aber nicht. Wo ist er denn? Seht ihr den Chris irgendwo? Aha. Lädt. Oh, das ist erstmal ganz schön kompliziert. Spielstand wurde gespeichert. Ah. So, alle bereit? Ja. Dann mir nach. Genial. So, folge Alex und Chris ins Gebäude. Bin ich. Und nun? Mike, hier Alex. Kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? Hier kommt tatsächlich Rauch aus der Belüftungsanlage. Die Ursache ist bis jetzt aber noch nicht ersichtlich. Verstanden. Dann macht euch mal schnellstens auf die Suche. Sind schon unterwegs. Okay. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Chris, du gehst nach links rüber zu den Geschäften. John, du siehst dich oben im Hauptgang um. Achte vor allem auf Mülleimer und Aschenbecher. Ich gehe zu den Läden links und überprüfe die. Dann mal los. Alles klar. Wo er geht nach oben und ich gucke hier. Okay. Suche den Hauptgang nach möglichem Brand ab. Mache ich gerade. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man das überhaupt auswählt. Da ist zu. Ich finde hier nichts. Okay. Da oben qualmt irgendwas. Ja, aber... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man das überhaupt auswählt. Ich sehe auch meine Kollegen nicht. Das ist ganz komisch hier oben. Ich konnte nichts entdecken. Ich auch nicht. Wie sieht es bei euch aus? Ich konnte auch nicht erkennen, was die Ursache für den Rauch sein könnte. Hier ist bislang auch nichts zu sehen gewesen. Dann suchen wir jetzt weiter vorne in Richtung Gastronomie. Irgendwo muss der Rauch ja herkommen. Seht ihr das? Der Rauch wird auf jeden Fall stärker. Wir müssen also auf dem richtigen Weg sein. Ja, ich sehe es. Also weiter. Ja, ich sehe es. Ja. Da hinten wird der Rauch schon wieder schwächer. Das muss also hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Chris, du schnappst dir die linke Seite. Ich sehe mich rechts um und John, du überprüfst weiter den Hauptgang. Alles klar. Ich höre auch irgendwo Feuer. Ich höre irgendwo Feuer. Ich habe es gefunden. Alex? Chris? Hört ihr mich? Hier scheint etwas in einem Mülleimer Feuer gefangen zu haben. Ich kümmere mich drum. Alles klar, John. Wo genau bist du? In dem Seitengang, hinter dem Burgerladen. Bleib, wo du bist. Wir kommen rüber. Chris, hast du verstanden? Ja, habe verstanden. Bin sofort da. Drücke die linke Maustaste, um den linken Trigger Controllers aufzusetzen. Ja. Ja. Habe ich. Wähle jetzt den Feuerlöscher aus. Du kannst ihn mit Mausrad. Ja, genau. Halte die Maustaste, linken Trigger, Controllers auf. Wie sieht's aus, John? Der Brand ist gelöscht. Gute Arbeit. Mike, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? John hat den Brandherd gefunden und das Feuer ist bereits gelöscht. Gute Arbeit, Jungs. Dann schaltet bitte den Signalgeber wieder aus und tretet dann den Rückweg an. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. Immer schön hinter den Jungs herlaufen, ihr. Genial, oder?